Der traditionelle Walk-On läuft in Wiedmarschen schon mal richtig gut. Und nicht nur das Setting ist professionell, den Dart-Fans wird aufgefallen sein, auch der Mann mit dem etwas zu großen SVW-Shirt ist ein waschechter Profi. Max Hopp war am Wochenende bei der Darts-Abteilung des SV Wiedmarschen zu Gast. Und bevor er am Samstag die ersten Wiedmarscher Darts Open eröffnete, gab der Maximizer, wie er auch genannt wird, einen Abend vorher den Hobbyspielern professionelle Tipps. Sehr positives Feedback. Ich finde es schön, weil ich so auch den Kontakt zur Basis nie verliere. Wir spielen ja immer in großen Hallen vor tausenden von Zuschauern. Da ist es eigentlich mal ganz nett, einfach mal wieder in eine alte Sporthalle oder hier in die Aula von der Schule zu kommen und ein bisschen da zu spielen, mit den Leuten zu quatschen. Und ja, bislang immer sehr positive Resonanz. Die Leute freut es einfach, dass ich den einen oder anderen so ein bisschen unter die Fittiche nehme, ein bisschen fördere und einfach schaue, was möglich ist und ein paar Prozent rauskitzel. Hopp, der bereits achtmal an der WM des Weltverbandes PDC in London teilgenommen hat, gibt zunächst eine kleine Materialkunde. Er zeigt den Wiedmarschern verschiedene Boards, Schuhe und Pfeile, um das eigene Spiel zu perfektionieren. Danach geht es für die Grafschafter und Hopp ans Occi. So wird der Bereich vor der Scheibe genannt. Dabei durchlöchern die Hobbyspieler nicht nur das Board, sondern auch den Profi mit allerlei Fragen. So wird der Bereich vor der Scheibe genannt. Let's take a minute, Schuhe mal! Wie werde ich schnell besser tatsächlich? Es gibt halt nicht diesen Shortcut, also du musst schon wirklich Training investieren, Zeit in dein Training investieren und dir vor allen Dingen einen Plan machen, weil es ist besser, eine Stunde effektiv zu trainieren, als drei Stunden sinnlos auf die Scheibe zu datteln. Und darum geht es halt auch, den Teilnehmern so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu geben, wie trainiere ich richtig und wie viel Training ist eigentlich notwendig, um ein gewisses Level zu halten. Die ersten Tipps sind tatsächlich, auf die Technik achten. Also den Ellenbogen möglichst immer hochnehmen. Viele haben den Ellenbogen zu tief, manchmal steht er zu weit nach außen, dann den Ellenbogen nach innen richten und immer schauen, dass man mit der Schulterachse in Richtung Scheibe ist. Das ist eigentlich die perfekte Ausrichtung. So ähnlich wie beim Bogenschießen, du brauchst eine gute Ausrichtung, damit du auch präzise sein kannst an der Scheibe. Für die Spieler des SVW, deren erste Mannschaft in der letzten Saison in der A-Klasse Meister wurde, ist diese Trainingseinheit mit einem Profi natürlich Gold wert. Das ist natürlich eine geile Sache, wenn man mit so jemandem mal am Boot stehen kann und mal ein paar Pfeile werfen kann. Das ist natürlich mega und es hat natürlich jetzt auch direkt funktioniert. Meine ersten drei Darts waren 140, also kann ich ganz gut damit leben. Das ist natürlich immer was Besonderes und Max hat dann direkt mit meinen Darts auch die erste 180 geworfen. Also ja, sehr schön. Diesen Workshop kann man zwar ganz normal buchen, doch zwischen dem SVW und dem Maximizer besteht schon seit längerem eine besondere Verbindung. Ja, also mit Frank Lockhorn habe ich über die Jahre guten Kontakt gehalten und Frank hat mich damals 2019 zur Sportwoche geholt. Da habe ich auch mit dem Bürgermeister, ich hoffe er ist auch immer noch Bürgermeister, zusammengespielt. Und gegen den Schützenkönig damals und war ja Teil der Sportwoche, war ein Riesenfest. Alle hatten sehr, sehr viel Spaß und fünf Jahre später bin ich wieder hier. Und genau, habe jetzt aber mal einen Trainingsansatz und nicht nur Spaß wie auf der Sportwoche. Als Hopp das erste Mal in der Grafschaft war, hatte der Breitensportverein noch gar keine Dartsabteilung. Diese gründete sich erst 2022. Seitdem kann die noch junge Sparte aber eine rasante Entwicklung aufweisen. Wir haben wirklich mit einem Kernteam angefangen und sind jetzt bei 40 Mitgliedern und geht jetzt stetig nach oben. Wir haben jetzt heute noch die positive Nachricht gekriegt, dass unser Dartsheim vergrößert wird. Wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, noch mehr Mitglieder natürlich aufzunehmen und die Dartsparte einfach noch ein bisschen nach oben zu pushen. Mit dem neuen Dartsheim, den Tipps vom Profi und dem ersten eigenen Turnier stehen die Zeichen in Wiedmarschen wohl auch in Zukunft alle auf 180. 180.